Ich begrüße Sie zu Israel Netz TV mit den wichtigsten Nachrichten der Woche. US-Präsident Trump hat den Iran zu Beginn der diesjährigen UNO-Generaldebatte scharf angegriffen. Die iranischen Führer säten Chaos, Tod und Zerstörung. Sie respektierten die Grenzen ihrer Nachbarn und die souveränen Rechte von Nationen nicht. Das iranische Volk sei zu Recht empört darüber. In Israel stieß Trumps Rede auf viel Zustimmung. Seit Jahren habe es keinen Führer auf der Weltbühne gegeben, der den Nahen Osten verstehe, mit der iranischen Bedrohung umgehe und rote Linien für den syrischen Machthaber Assad festsetze, erklärte Verteidigungsminister Liebermann. Eine neue Schnellstrecke der israelischen Eisenbahn ist eröffnet worden. Sie führt von Jerusalem zum Ben-Gurion-Flughafen. Die Umsetzung der König-David-Strecke mit dem modernen Elektrozug hat ein Jahrzehnt gedauert. Noch nicht abgeschlossen ist die Elektrisierung des Teilabschnitts vom Ben-Gurion-Flughafen in die Stadt Tel Aviv. Wenn auch dieser Abschnitt im kommenden Jahr fertig ist, soll eine Fahrt von Jerusalem nach Tel Aviv kürzer als eine halbe Stunde dauern. Der UNO-Gesandte für den Nahen Osten, Mladenov, hat die Verherrlichung von Terror durch die Palästinenser kritisiert. Vor dem Weltsicherheitsrat in New York sagte er, Hamas-Führer riefen weiterhin zu Gewalt auf. Auch auf offiziellen Internetseiten der Fatah-Partei des palästinensischen Präsidenten Abbas würden Terroristen verherrlicht. Anschläge gegen israelische Zivilisten verurteile die Partei hingegen nicht, kritisierte Mladenov. Ein irakisch-kurdisches Baby mit einem angeborenen Herzfehler darf für eine lebensrettende Operation nach Israel ausgeflogen werden. Das gab die christliche Hilfsorganisation Shevet Achim bekannt. Sie setzt sich für die medizinische Behandlung von Patienten aus arabischen Ländern in Israel ein. In dem aktuellen Fall sind bei dem Baby die Hauptgefäße, die das Blut aus dem Herzen heraus transportieren, vertauscht. Als Konsequenz wird der Körper mit Sauerstoff extrem unterversorgt. Spender aus aller Welt haben insgesamt mehr als eine Million Dollar für die Familie des ermordeten Ari Fult gegeben. Ein Palästinenser hatte den amerikanisch-israelischen Familienvater im Westjordanland erstochen. Auf der Internetplattform GoFundMe spendeten fast 10.000 Menschen für Fultz Familie. Das Geld soll direkt der Witwe und den vier Kindern des Ermordeten zugutekommen. Das war Israel Netz TV für diese Woche. Wir freuen uns, wenn wir Sie nächste Woche wieder zu den wichtigsten Nachrichten aus Politik, Wirtschaft, Kultur und Religion begrüßen dürfen. Das war Israel Netz TV für diese Woche.